Herzlich willkommen zurück zu ARK Primal 4. Ich habe jetzt ein bisschen Munizum gecraftet. Ich habe hier 25 Schuss von der Apex und 192 Primal. Mir fehlen schon wieder jetzt seltene Blumen. Das ist schon wieder dunkel geworden. In der Zeit, wo ich gecraftet habe. Wir müssen es einfach mal probieren. Ansonsten vielleicht was nachcraften. Ich habe überlegt, wenn er uns die ganze Zeit da runter holt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Heilung. Ganz wichtig. Das kann alles raus. Von weit, so weit wie möglich, abschießen. Bauten im Wasser. Okay, ein Magazin, 150.000. Ein bisschen Schiss. Wo ist ein? Da. Eigentlich habe ich viel zu viel Munizum gecraftet. Den Schaden tut es nicht, aber... So, jetzt können wir die Primal nehmen. Die sollte nochmal mehr reinschöptern. Aber ich glaube, hier sind wir relativ safe. Müsste natürlich auch alles treffen. So, die erste Minute haben wir fast. Hallo? Hallo? Oh, das dort ist leider... Im Wasser bist du, glaube ich, besser aufgehoben. Drei, halb Millionen haben wir. Mal neu ansetzen. Oh Gott sei Dank, der trifft mich hier nicht. Dieser Stamper ist geil. Einer ist aus der Luft rausholen. Aber den kann er gleich auch noch. Jetzt wirst du reichen von dem. Ach du Scheiße. Ja, alles kaputt. Bleib ruhig da. Nur noch zwei Millionen. Und dann siehst du. Der leuchtet so schön. Das nächste ist, glaube ich, eine Mega-Heal-On oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie hier existieren. Ich habe gesehen, Fabled können. Aber es war keine da. Ich bin es vorhin nicht. Da kommst du mir ein bisschen nah, Freundchen. So nicht. Renderst du bitte rein? Okay. Neunhunderttausend noch. Ich glaube, wir müssen mal neu ansetzen. Neunhunderttausend noch. Aber da gehen doch. Gut. Schussball drauf. Er liegt. Er liegt. Und da ist alles Mögliche. Natürlich ist er ein Omega-Rex. Wir packen dich mal schnell ein. Hier hast du deinen Knochen. So schnell einen Taming-Helper. Ah, wir haben die Max-X-Portion vergessen. Mist, das ist geil, das Ding. Also, links ist beißen. Rider-Protection hat er auch. Das ist X. Oh, er stampft. Wow. Das Ding ist ja geil. Der ist ja nur am Leuchten. Das Omega-Bloot nehme ich gerne mit. 47 Level. Aber nicht mal auf 200.000. Mutmäßig kein Level, also geht da voll in Schaden, ne? Okay. Da kriegst du nicht viel dazu. So, was hat er noch? Wir haben X gehabt. Das ist der Stampfer. Einfach super viel Schaden macht. Das ist Rechtsklick. Dann brüllt er einfach. Und also brennt vor ihm alles. Hier ist der Stampfer mit X. Wenn ich Alt-X mache. Ich habe auch viele Kugeln geschossen. Ah. Mit Alt- und C. Das macht ja ein klein wenig Schaden. Cooles Ding. Wirklich cooles Ding. Würde ich mal ganz gern woanders hin entführen. Können wir da mal hin. Am besten. Das ist ein Rex. Da wird wir wahrscheinlich überall hängen bleiben. Wir suchen uns mal was Größeres. Am besten so ein Original oder sowas. Aber den jetzt zu finden wird schwierig. Wollte auch, bevor ich es wieder vergesse. Was ist denn da unten denn? Alpha Gacha. Äh, mal gucken. Wollen wir irgendwo eine Megacheron haben. Weil das nervt mich echt, diese Pflanze zu farmen. Mega. Das ist eine normale da. Oh Gott. 10, 2. Äh. Das ist glaube ich nichts für unter Wasser, oder? Das frisst normale Megacheron. Naja, lassen wir erstmal. Ich will den Tyrannosaurus-Saurus-Gedöns testen. Das ist ein Boss. Eigentlich brauchen wir ja auch Federn. Eigentlich können wir hier ein bisschen mit dem Rex rumlaufen, oder? Das ist so. Jetzt mal gleich auf den Fallschaden gekommst. Du bist so langsam, du kannst gar nicht runterfallen. Aber wollen wir das geilste Stamper Alles tot Ist das geil 1,6 Millionen Schaden teilweise Krass Ich höre was, aber ich sehe nicht Da unten ein Alphaboss Und Stampi Rums Einfach alles Tod Oh, hier können wir testen, ob du Falsch haben Kriegst Scheint nicht so Oh, der Stamper lädt gut lange auf Aber Wie beißt du denn? 12.000 Uhr Super, super langsam Ah Also du machst einen gigantischen Schaden mit dem Stamper Wirklichen gigantischen Du bist halt super langsam Das ist halt schade Zum Teil baut er die auch ab Oh, hier könnte man in den Ballweinschloch gucken Hier einfach mal ausmerzen Oh, alles weg Copy Einfach alles tot Ist der so langsam, weil ich wach bin? Ne, das ist ja genauso langsam Was war das für ein Geräusch? Was So 250.000 Schaden Irgendwann so nur 12.000 Achso, das war ein Boss, Digga Und Stamper Bombs Geil ist, dass der auch alles aus der Luft raus holt Oh, da ist ein Loot-Boss Oh, da ist ein Loot-Boss Leben hast du Oh ja Hier ist Ein Blueprints Entschuldigung, war das? Den glaube ich kann mal ausmachen Der Rokan bricht doch gerade aus Bin nicht optimal Okay, ich nehme das mit Packen dich erstmal ein Das ist ganz geil Zum Schaden austeilen bist du super cool Aber ich bin auch ganz gerne mal nach der Mega-Chielung gucken Was ist das denn? Achso, ich glaube mir das rechts Eine Chaos-Valver 150 Mega-Chielung war 10 Oh, also ganz da oben Gämmst du die denn? Ich glaube du brauchst da irgendwas hinlocken, ne? Fischschwärme Kannst die glaube ich gar nicht auslocken Was wir hier noch nebenbei finden Ich würde den gerne mal in der Wall Ridge testen Da war ein Primal Einmal aufs Meer hinaus 0-2 müsste direkt eigentlich an der Border sein, oder? Und Nässe Ne, kann man glaube ich ausknocken Da fehlt mir Einfach noch Scuba-Tanks und so Um da hinzukommen Können wir uns das denn mal bauen Mal gucken, vielleicht können wir nochmal schnell nach dem Origin-Ausschau halten Um den bisschen zu testen Aber bisher teilt der einfach Einen unfassbaren Schaden aus Bin halt gespannt Wie dieses Feuer, dieses Liederne Feuer Irgendwie noch rumtickt So, wir gucken nochmal erstmal an der Mega-Helon Gabel gibt es aber Keine da Origin Gucken wir, alles da Da wird der Rex interessant 21,53 Direkt in der Viking Bay Okay Wir machen uns mal Scuba Auch Papa Flossen Tank Das Ding 80 glaube ich irgendwo Atemgerät Rüstung Das einmal Das einmal Voll Was haben wir denn zum Tamen Aber es kommt bei mit Und gehen wir erst einmal zum Mega-Heelon Schauen wir, ob wir Tamen können Das wäre geil Hui Und dennoch muss ich halt noch Metall fahren Mit diesem Käfig gerade fertigstellen Ich weiß nicht, so stehen die Spirits an Und Spirit und Chaos Boss Würde ich natürlich auch gerne machen wollen Und muss das hier irgendwo gewesen sein Rüstung Elemente Kibbel Da bin ich sogar dabei Dann kann ich mir das Ding auch nochmal Zähm nehmen bei Geh weg Gute Nacht Gut Gut, dass das Ding auch unter Wasser schießt Kommst du hoch? Boah, das ist ja genial Ich kann es reiten Hihi Ich kann nicht von runter schießen Hey, bleib hier Nee Kann es nicht zähmen Shit Schade Schade Okay, dann können wir das wieder umziehen Dann müssen wir auf eine Fabled warten So, wir wollten zur Viking-Bear, haben wir gesagt Da ist ein Original Rex Der fehlt uns eh noch Und der Rex muss getestet werden Da ist ein Original Rex Der Fluss steht noch Mein alter Bass steht sogar noch Irgendwo muss hier der Original Rex sein Einmal Das sind die Rädern Dürft ihr eigentlich Nichts über Okay, dann Nicht viele Das dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein Mit seinem Origin Als zumindest der Diabier Dann gönnen wir uns den doch erst Oh, hier ist unser Celestial Dann gleich wieder schön Stab wie machen Freust dich bestimmt schon drauf, ne? So, wir machen einmal Krampi Und Züge ich hin Ne, wir haben abgepaut Das sind zwei Erstmal brauchst du Heilung Weil irgendwie hältst du nicht so viel aus durch den Settel Das ist das Feuer nur Dann haben wir die Kugel noch dazu Dann haben wir die Kugel noch dazu Ich treffe die mit der Kugel halt nicht Ich meine, es tickt super schnell Aber ich stecke halt fest, ne? Wenn er an seinem Radius halt Ausgehauen D ist aber auch nicht Oh Gott, mein Leben Oh, oh, das war close Äh, das kriegst du noch Und das Ach, da nur 300.000 Da krieg ich die 8.000 Scheiße, die noch mate boostet Klar, dass die mich stacken Ja, 48.000 sind es jetzt Den Stampermacher Können wir jetzt bitte mal drauf gehen? Na ja So richtig überzeugend war es bisher noch nicht Aber das kann sich ja vermutlich noch ändern Würde ich jetzt mal sagen Ein Rex Wird noch ganz gern Ein Rex ausprobieren Aber der ist hier nicht mehr Gut, dann ist es erstmal wie es ist Ähm, es ist ein cooler Tame Definitiv Gerade wenn wir sowas jetzt mit dem Käfig machen Aber zum Parm nutze ich glaube ich erstmal die Reaper weiterhin Bis wir auch was haben, was fliegen kann Wir müssen uns definitiv nach der Mega Chelon Ausschau halten Weil es nervt mich einfach, dass wir da Pflanzen fahren müssen Gerade nochmal gucken, ob eine neue gespawren ist Aber ich glaube nicht Ähm Das Ding kann auch erstmal weg So gut Dann belassen wir uns erstmal dabei Wir müssen auf jeden Fall noch Metall ranholen Absolut wie kein Metall Hier ist zwar noch was drin, was durchschmilzt Nein, wir haben gar kein Metall mehr Geil Ähm Vielleicht müssen wir mal ein bisschen fahren gehen Geht vielleicht ja was Gut, vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao Ciao